hallo hier ist dieser paul mit dem chip firefox das addon classic theme restorer wer das neue design von firefox nightly australis nicht so toll findet kann auch einige veränderungen rückgängig machen und zwar mit dem addon classic theme restorer einige informationen gibt es dazu auf dieser seite und hier findet man das addon das kann man nach installe installieren hier auf den button zu firefox hinzufügen klicken ja dann wird das addon heruntergeladen und installieren jetzt und firefox neu starten und schon ist das addon aktiv zu den einstellungen kommt man wie folgt man klickt hier auf das menü dann auf addons und hier auf die einstellungen und jetzt kann man einige einstellungen tätigen zum beispiel sollen die tabs abgerundet sein oder viereckig sollen sie oben angezeigt werden oder eben unten und noch ein paar einstellungen mehr zum beispiel soll die navigations toolbar angezeigt werden oder nicht soll es zu den icons auch noch text geben oder halt nur text oder eben nur wieder die icons soll der zurück button hier von hier nach hier versetzt werden und noch ein paar einstellungen mehr das war user paul von open screencast ciao und viel glück